so weitergefunden mit driveclub und der norwegian lightweight series heute wieder ein kleines turnier wir haben jetzt noch zwei turniere ein einzelnen und dann das große turnier am ende aber die karriere der kälte hat der grünen mit der grünen geben lackierung ja wir nehmen auf jeden fall mit so auf der pfeil anstehen auf Okay. Das sieht sich jetzt mal gerade aus. Das sieht doch mal aus. Ja, das sieht doch mal aus. Ja, der ist nicht egal. Ich habe nicht gesagt, ich weiß nicht, wie der ist, aber ich hätte es so gerade. Ich weiß nicht, dass ich schon weiterfahre und ich nicht mehr so viel zu stellen. Aber ich muss jetzt vermeileisen. Eigentlich ist vermeileisen oder weniger. Das geht jetzt wieder aufschlösen. Das müsste man nicht machen. Jetzt kann ich nicht gleich hier sein, wie die 1.5.5 ist. Die harte Runde wird von Friedrichsrichtung oder? Ja, das ist das noch nicht Ne, die erste Runde haben wir noch nicht Also, da gibt es wieder davon Erlauben wir uns, ist es machbar Ich glaube, das haben wir jetzt am Boden gemacht, dass wir jetzt bei uns drin sind. Das sieht aus aus dem Bereich des Realis. Ehe, ho, ho, ho war mir klar. Es ist wirklich ein, jetzt gerade ein bisschen weg hier, die Realis-Polese. Ja, der weiß nicht, dass die Realis-Polese. Der Realis-Polese ist gerade weg und der ist gerade weg. Hier ist er auch direkt rausgekommen. Das wird sich jetzt mal aus hier unten. Ah, jetzt bin ich doch wieder rausgekommen. Das ist jetzt doch ein bisschen weg. Ich bin immer wieder weg. Die Realis-Polese sind schon zufrieden. Vielleicht noch mal eine Kugel oder so. Das ist die Runde. Da kann ich noch nicht sein, aber da kann ich nicht sein. Oh, das Ziel, wenn wir reichfahren. Oh ja, aber jetzt fahren wir weiter. Warte mal! Ich siehst doch nicht die Ziele. Ich habe gerade schon ein bisschen Zeit. Viel geworden. Wir sind wieder auf die Karte. Wir sind auch gerade so, gerade so. Wir sind wieder in den Garten. Ich habe die ganze Straßen gesammelt. Garten gesammelt. Und so weiter. Ich habe mich erwischt. Ich habe mich erwischt. Ich habe mich erwischt. Wir haben schon die drei Richtigprogramme, die wir hatten. Ich habe mich erwischt. Wir werden nicht so hoch, dass wir hier sind. Ich habe mich erwischt. Aber, ich habe ja da schon Zeit. Vielleicht ist es da noch besser geworden, weil er sich noch nach vorne ist. Ich habe schon mal eine Karte. Ich habe mich erwischt. Ich dachte, es ist nicht wahr. Ich habe mich erwischt. Ich habe mich erwischt. Wir sind alle dran in der Zugerlackverhaltung. Hier, wir sitzen. Kommt ein bisschen besser rein. Wieder ein Schlechter. Wieder hinten hin. Der ist da ganz zum Glück bei mir da. Ein bisschen durchsteuert. Wir haben hier jetzt nicht irgendwo noch vorbeigehen, es ist noch wenig in die da nicht. Das sind noch zwei Kurven! Ja, das hat er gut gelöst, da haben wir jetzt noch ein bisschen aufgespielt. Ja, da haben wir jetzt noch ein bisschen aufgespielt am Grunde, ich warte, wenn wir wegkriegen müssen. Ja, das reicht noch! Das hat er noch länger, denn er hat es uns gehabt, aber reicht ihm? Der Sieg, wenn er es glaubt. Ja, die ganzen Ariel Atom, die sind. Alles nur... Die heißt im Keller auf der Treffer und dann, das reicht es. Die hat 15 Punkte. Die haben die Aufgabe gemacht. So, der letzte Lauf heute... Also zumindest für diesen... Linkswiederverzierung von der Fünfer und der Rundenzeit von 1 Minute 10. So! So! Ich wollte auch zurück, die Rundfunkflugn, die Rundfunkflugn, die auch gar nicht klappen. Ich weiß, dass es hier nicht so lange wieder zu sehen ist, weil wir jetzt mal wieder frei zu machen. Weil das Ding hat sich nicht so ärger gemacht. Wir haben jetzt ja alle... So, ich sehe jetzt mal wieder gerade, Kollege. Ich werde wieder mal wieder zu sehen. Äh, 19 Uhr, 3,4, ist einer wieder vorbei gewesen. So, ich weiß nicht, dass wir jetzt mal wieder zu sehen. Ach, hier sind die Rundfunkflugn, die noch unten drin sind. Aber wir haben alles mit der Scheiße. Das ist jetzt besser zu sehen. Ja, die Rundfunkflugn, die noch frei fahren. Also, von der Flankflugn ist noch frei. Flankflugn. Ja, da ist die Rundfunkflugn. Ja, der hat der. Ja, da ist der. Ja, da ist der. Es wird nicht so schwierig, ne? Ja, da ist der. Da ist der, der. Ja, da ist der. Es geht nicht. Ja, da ist der. Ja. Ja, das war ja auch so. Ja, das war jetzt wohl ein bisschen aus. Weil den haben wir früher, der hat sich das ja auch ein bisschen drückt. Und du bist da! Ja, du bist da. 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 Oh, ist schön außen vorbei. Das sind diese Reflexkampen. Ja, schon mal. Das machen wir nochmal. Das ist richtig, glaube ich nicht gerade. Ja. Ja, ich bin auch hier. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Ja, du bist da. Ja, du bist da. Ja, ich bin da. Ja, du bist da. Ja, die sind da. ... der Dremmer zu. ... der Dremmer zu. ... für Block. ... der Dremmer zu. ... wenn man den Dremmer zu reisen, dann wird man den Dremmer zu steigen. So, am Ende. ... der Dremmer zu reisen, dann wird man den Dremmer zu steigen. ... der Dremmer zu reisen. ... aber ich habe am anderen nicht in die Berge ... ... was ich an die Kurve gekommen habe, als er. ... jetzt! Nein, 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 nein! Wir sind da draußen. Ich sehe, dass das Problem ist, dass wir nicht in die Position kommen. Also ja, er ist hoffentlich mit dem Dremmer zu hinterher. Jetzt sind wir ein bisschen weg, also, das zweite Sparte ist. Jetzt wird da reingekommen. Ich habe vielleicht die Möglichkeit, anzugreifen, weil er kann nicht sofort ein Wind fassen. Gut, denke ich, aber wir sind besser bei uns heute in der Runde zuvor. Wir wissen, wie wir an der Position kriegen Reise sehen. Ein Stoppedway hier auf die Ferturzene in diesem Lauf. Sehr herrlich, das ist gerade jetzt ein bisschen... Wie hat es durch? Ja. Wir müssen den Wind haben, jetzt gerade hier hat die Feuer nämlich eingebaut, das heißt, die Spikes haben runtergefallen. Ich könnte jetzt noch ein bisschen holen und das wäre für dein Wart da hinten. Wie hat es? Ja, krass, wir haben jetzt weit nach. Ja, das war ein schönes Ding, auf jeden Fall. Aber wir haben mal sehr, sehr gut gekämmt, gekämmt, gekämmt. Ich weiß es nicht so krass, natürlich, aber wir haben die volle Funktion, mit 6 Punkten passen und sind hier durch. So, wie gefällt. Sehr gut, dann gibt es noch 20. Und die Kenner haben wir hier. Oh, wir haben hier hochgefunden. Okay. Mit dem Porsche. Gut. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem Packer-Handedrift und der Venom Hotlab. Und dann sind wir schon fast beim Abschluss hier auf vier Rädern. Also 1, 2, 3 Folgen sind es noch und dann sehen wir uns wieder bei DriveClub. Ich freue mich schon. Bis dann. Tschüss. So brechen. So brechen. Ja. Untertitelung. BR 2018